So, hi und hallo mal wieder. Jeder kennt die Spinner. Und die klassischen Spinner haben ja drei Kugellager. Und wie die sich füllen, das probieren wir jetzt mal aus. Und wo? Im Breakdance. Der klassische Dreher und der Überdreher. Ich werde hier kleine Videosequenzen zusammenschneiden, ohne Ton. Und dass ihr es genießen könnt, wie sich so ein Spinner oder so ein Kugellager in so einem Spinner sich fühlt. Anschließend werde ich mal ein Fazit abgeben. Also kommt mit, wie sich so ein Spinner fühlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020